Ah-schoo! I really appreciate that, mate! I really think so! E-Sports Ich hab Diskutage kontiniert! Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Leute, ihr werdet jetzt das Best of Mario Kart sehen von den letzten Streams. Ich weiß nicht genau, wie Korin das geschnitten hat. Es sollte so ein Video sein zwischen 10 und 15 Minuten. Lustige Stellen aus den letzten Mario Kart Streams. Ich hoffe, euch gefällt das Video, Freunde. Ist mal ein bisschen was anderes, weil ich weiß, dass die meisten von euch Mario Kart feiern. Und da nicht jeder im Stream am Start sein kann oft. Aber wir versuchen mal hier so aus mehreren Streams so ein paar coole Sachen rauszufiltern. Ich hoffe, euch gefällt das Video, Freunde. Wir versuchen mal die 15.000 Likes. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist das erste Video, was ihr sehen werdet, mit einer halben Million Abonnenten. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir wollten eigentlich die halbe Million erst knacken am Ende von FIFA 20, also im September. Und wir haben einfach ein halbes Jahr sie vorher schon geknackt. Ich weiß das sehr zu schätzen, Freunde. Für alle, die mich supporten, vielen lieben Dank. Und wenn ihr das Video seht, ich bin gerade dabei, einen 24-Stunden-Streep zu machen. Ich hoffe, ihr supportet da. Könnt gerne einschalten. Ich bin 24 Stunden für euch am Start. Lasst ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe was für den ersten. Wenn ich nicht, klop, 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 klop. Komm, komm, komm. Ey, die trifft mich. Was? Den dir ruhig, den dir ruhig. Jawohl, Zweiter. Wir sind Erster und Zweiter. Erster, Drüter, Drüter. Stark, Junge. Erster, Zweiter, Drüter. Ich bin nicht. 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 Wickel. Genau so. Genau so. Und in der Zwischenzeit haben wir den ganzen Abend geschlafen. In der halben Stunde war ich da. Wo war ich denn? Ich gehe mal rüber und frage dich, ob wir die Runde direkt abbrechen wollen. Jungs, kurze Frage. Sollen wir den Cup jetzt hier noch zu Ende fahren oder direkt 4-4? Wieso? Na, 30 Punkte halt. Wollt ihr den Cup zu Ende fahren? Aha, ganz großes Ha-Ha. Was war das? Wo finden wir die Map? Die Map noch nie. Ne, ne, wir haben wohl auf Splitz, ganz hinten. So, Jungs, jetzt go, let's go. Nee, ey, Miki, nee. Okay, Zufall, gell, Zufall. Ja, Jungs, jetzt go. Let's go. Schütz und Badkonträger. Ey, Miki! Ich hab noch ne Erste für den. Wer ist Dritter? Ich weiß noch nicht. Hab ich gelten, sehr geil. Komm, let's go. Let's go. Digga, was ist das hier? Ich hab nen Disco. Stattung, Stattung, Stattung. Nein, Theresa, nicht Dich! Nein! Ich hab mal drüber. Alle hier hinten, alle hier. Wir sind aber hinten. Ich bin der Ernst. Ja! Danny, Danny, die war... Die war... Die war... Die war... Nein, Mann, der hat sie! Der muss noch höher runterfliegen, jetzt, der idioten Sohn. Ich hab sie! 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 Wir haben's, 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 wir haben's. Schitz. Oder? Wenn es ausruhen. Zwei. Eins. Komm schon! Ja! Das ist richtig. Stark, Danny! Wichtig! Nicht beurren lassen! 5-4! Mama, ich hab alles für dich geblockt! Ich hab alles für dich geblockt! Let's go, Digger! Ammar, du hast den größten Schwanz, den es gibt, das ist unfassbar, ne? 27 cm! 27 cm, Bruder! Die nehm ich in den Mund! Und ich seh den Arsch! Ich hab sie geübt, die Karte! Ich hab einen Blitz, Jungs, einsetzen! Mach, 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 mach! Ich hab wieder schon am Eingeladen! Ihr fickt eure Haustie-Schlampe! Oh mein Gott, ich hab heute noch überfahren, glaube ich! Ich bin immer drüber! Ich bin immer drüber! Ich bin immer drüber! Ich bin immer drüber! Ey, Jungs, ihr seid echt, also ihr seid wirklich sehr krasse Fahrer, muss ich nochmal loswerden! Ich bin gerade echt geflasht, Mann! Du nicht! Was war das denn? Oh mein Gott, ich kämpfe noch vor uns auf 6! Oh, Digga! GG ist unser! Oh, Digga, ich hab nie was gesagt! Du bist der allerbesten! Bitte gib mir Ulan und euch! Lass ihn hoch, lass ihn hoch, lass ihn hoch! Alles gut, GG! 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 Na! Das ist halt, äh... Ihr seid nicht schlecht gefahren! Wenn ihr Spaß am Spiel hattet, dann ist es in Ordnung! Dann hatten wir... Dann war das bisher alles gut! Wenn ich... Das war das Spiel! Mann, Digga, und da kommen Babypaar! Ja, Digga, Eldos! Ich mein das ernst, wenn du die Scheiß noch einmal willst, mach ich noch einen Kopf kleiner! Ja! Das gibt es nicht! Warte! Jawoll, Digga! Ich hab... Ich hab nen Stern! Ich trink's euch alle, Jawoll! Klasse! Alles an, Spannung dazwischen! Einfach mal öfter ins Fitnessstudio hin, hm? Ich bin noch 30 Minuten... Ich bin runtergefahren! Ich bin runtergefahren! Bot! Ein Bot! Das lass mich schon ruhig! Alter! Was passiert hier? Was passiert hier? Ich hab meine Sicht, Alter! Pils auf der Map, die trinken gar nix! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin runter! Ich bin runter! Hey, Eldos! Was macht ihr da? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie schlecht gedriftet! Was passiert hier? Es ist so schlimm, Jett! Ich schwöre es! Es ist so eine Verarschung! Ich bin untreffbar! Ja, Willi! Oh mein Gott, Digga! Du bist ja ein hässiger Knecht! Ich bin hässiger Knecht! Nee, Boomerang, selbe Enkel! Sau auf ab, Alter! Der Endos! Ey, Eli, hast du Bock auf ne Bombe, Bro? Mann, geh mit dir auf den Sack, du scheiß Knecht! Ich hab Erdicke, du hast keine Erdicke, dagegen kannst du nichts machen! Du hast ne Bombe im Gesicht, jetzt Ruhe, Kruder! Ach du! Ach man, ich wollte doch gar nicht loslassen! Nein! Wett dir hoch! Wir schaffen mich an! Nein! Endlich mal gutes Gameplay! Nicht wie bei Eli steht in Weintech! Haha, Digga, weißt du das! Ich bin Eli, warum wettest du dann gegen mich? Wette man doch gegen Pain, wenn du so gut geworden bist! Mit dir redet hier niemand, bevor ich deine beiden Lambos zerkratze, Digga! Wenn ich nächstes Mal bei Warnitim bin, nehme ich den Lambos Schlüsse, gehe zu den nächsten Obdachlosen, sag hier, nimm, mach was damit! Boah! Ey! Eli, Junge, du Nutzer! Das war's nicht mal! Aber ich wünsch, ich wär's gewesen, Digga! Und Eli, ich seh grad, ich guck grad bei diesem Monte Cup, du bist ja Elfter geworden, seit ich hab 10 Subs gegen mich gewonnen, weil ich hab ja mit dir gewettet, dass du nicht Top 9 wirst! Guck mal, vergleich mal die Earnings von Dink, von mir und Eli! Digga, Eidos, keiner redet mit dir! Ich rede mit dir! Wie geht's dir, Eidos? Wie geht's dir, Eidos? Alles gut bei dir, lass uns reden! Was fair ist, würd ich sagen, diese Baby-Charaktere! Digga, ich hör nicht auf dich! Ich nehm, Waluigi, hör jetzt auf, mir auf den Sack zu geben! Jeder nimmt Waluigi! Digga, oh mein Gott, so kindisch, holy shit! So kindisch, holy shit! Ich dachte, du bist irgendwelche grad in meiner eigenen Klasse mit irgendwelchen blauen Haaren, die noch nicht im Stimmbruch ist! Geh mich auf den Sack! Oh, wie ist der Stand so? Ich hab's nicht gesehen! Ich brauch den Stand, ich auch nicht! Ich hab mehr Punkte als Eli's Team zusammen, echt? Digga, damit würd ich nicht flexen, Großer! Wenn dich jemand da draußen fragt, was deine Hobbys sind, dann sagst du Mario Kart und Pokémon-Karten öffnen! Dann machen die einen Stream auf und lachen sich kaputt und sagen, was ist das für ein Loser! Wenn deine Freunde gefragt werden, ob sie einen Freund haben, dann sagst du, ich hab keinen Freund! Wenn deine Eltern sagen, haben deine Eltern Kinder, sagen die Nein, weil sie sich für dich schämen! Fahr jetzt, du Pussy! Digga, muss ich mir von irgendjemandem was anhören, der sich Pokémon-Karten für 20.000 kauft und sich einen Puller-Keks freut, Digga, und eine Stimme hat wie ein 14-jähriges Mädchen! Nur getroffene Hunde bellen! Digga, ihr seid das Team, ihr seid ein Team mit drei absolut nervigen Stimmen, Digga! Eldos, Payne und Mo! Schlimmer geht's gar nicht! Wenn man sich einen Podcast von euch anhört, das ist wie eine Sklaverei, Digga! Wenn man sich nur einen Podcast von euch anguckt! Nein, nein! Ey Digga, ich krieg alles ab! Ich krieg alles ab! Fahr, Junge! Fahr, 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 Fahr! Digga, wir haben jetzt die Pumpe! Oh, er wird noch hinten! Können wir Controller jetzt weglassen, oder? Langsam können wir weglegen! Können wir mal so fahren wie eben! Ha, 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 Digga! Mario Bart! Großer, hä? Sagste! Mario, passt auf! Ich werfe jetzt Banner hinter mir! Ja, ja! Alles gut, Henrik! Was kommt bei dir? Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was?! Digga! Ich bin ein Pärter geworden! War gut, war gut, war gut, war gut, war gut, war gut, Jungs! Ey, oh mein Gott! Ich hab's von hinten! Ich weiß! Ach, Eldos, du bist so ein kleines Spasten-Kind! Ich werd dir entfolgen und nie wieder folgen, du kleiner Opfer! Oh Gott! Eldos, entfolgen alle auf... Ey! So, 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 großer, entfolgen, 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 kleiner Knecht, Digga! Junge, der Typ ist einfach übrig geblieben am Ende, ne? Digga, weil du nicht gewählt wurdest! Hör mal zu, Mo, du hast dich jetzt qualifiziert! Mo, 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 ganz kurz, ganz kurz! Hör mir zu, hör mir zu, hör mal zu! Ich werde, ich schwöre auf alles, was ich habe, ich werde dich nie wieder hosten, bis du dich entschuldigst und mich mit sie ansprichst! Du sagst, entschuldigen Sie, Sir, ich war damals ein Opfer, und wenn du das nicht sagst, werde ich dich nie wieder hosten! Hey, 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 hey! Mit sie, mit sie, mit sie ansprechen! Sir! Sir! Edi, wann kommst du online? Kannst du dir vielleicht einen Hoster lassen, hä? Wo ist er, ja? Sir! 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 Edi, du sollst ein Captain sein! Für den Team! Ich bin nicht Captain! Ich bin nicht Captain! Ich bin der Mittelspieler hier! Und du bist mein Starspieler! Ey, das ist Starspieler! Du bist der Anker, der uns alle runterzieht, Digga! Du bist der Eisberg von der Titanic! Du bist ein Knecht, du hast keine Funktion! Hey, hey, hey! Digga, wir sind in einem Team! Wir sind in einem Trio! 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 We nehmen Sascha aus! Ja, dann nehmen wir Sascha! Boa! Sascha, let's go! ils haben eliminiert Wir haben Elie im Team! Wir haben Elie im Team! Ja, aber dann soll Elie auch ins Tor gehen! Die haben mich wirklich nicht gesehen! Das kann ich mir sonst nicht vorstellen! Boah, wer war das? Oh! Shit! Echt, du? Nein! Oh! Medivation! Nein! Medivation! Ja! 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 Alle Huren sind da gekommen aus der Pläne! Ich bin Sechster geworden, Mann! Medivation! Ich hab ihn so mit den Roten abgekippt! Ja, Payton, du wirst nicht mehr verstanden sein! Ich will nicht mal da was sagen! Willi, erzähl mir bitte nix, du wirst morgen nicht mal Geld mitnehmen! Naja, und du kriegst hoffentlich 10 Disconnects, du kackspast! Ja, wer tat denn noch vor dir sein? Ja, ich krieg meine Eier! Wann wird dein Cup stattfinden? Die Revanche? Samstag oder Mittwoch? Mittwoch wäre perfekt, dass du das einrichten kannst! Ich versuche Mittwoch! Das Problem, Mittwoch ist Champions League! Scheiße, ja! Ja, stimmt, ja! Ja, Digga, guckst du halt nicht, ne? Außer bei den Bayern-Tweets! Diese unqualifizierten Bayern-Tweets jedes Mal! Soll ich dir ganz ehrlich was sagen, Bruder? Jetzt komm nicht mit den Hertha! Champions League guckst, Digga! Also, dein Verein sich da aktuell nicht, Digga! Ja, okay, Digga, wer waren die letzten drei Trainer von Bayern? Ja, da hör ich nicht! Da hör ich nicht aus dem Altersheim! Ja, aber wirklich! Vor allem mit eurem Fußball-Scheiß-Dreck, Mann! Bist du von den Einnahmen eigentlich so geblendet? Warum hast du dann Brille auf? Sagst du, bist du Supporter und guckst ja nicht mehr ins Stream? Real Talk ohne Willi zu provozieren, ich finde ihn wirklich nicht so gut, ne? Dafür, dass er vorher das so gesagt hat, finde ich das wirklich nicht so gut, Chat! Also, am besten nimmt ihn das Fahrzeug und... Ja, wahr, Digga, gib Tipps! Es ist so, als wenn mir so ein Gold-Dreispieler... Ey, bitte quatsch nicht, sonst platzi! Ich will den Quatsch nicht, Eli! Ah, ich bin fester los! Danke! Eli ist die Definition von Dogshit! Habt ihr das gerade gehört von so einem Loser, der 0 Euro örtet? Ich definiere mich nicht bei... Wenn's um Geld geht, ich lass... Taten sprechen! ...auf der Piste reden! Nächstes Mal ein bisschen schneller den Satz beenden und nicht so rumstolkern... Nö, ich lass mir da so viel Zeit, wie ich möchte, Großer! Guck dir gleich wieder das Rennen von hinten an! Der hat ja alle Sterne! Willi, macht man das da unten so? Fährt man da so lang? Oh mein Gott, Digga! Oha, Elias! Stabil! Elfter, Digga! Ja, jetzt kannst du mal 4 nehmen und dann hast du dein Alter! Scheiß dich drauf, Digga! Solange ich besser im A-Cup bin! Nein, oh mein Gott, Digga! Schaut mal hier! Ich schwöre, dieses Spiel regt noch mehr auf! Weil sie für dieses Ver*****e drücken! Mann! Wo ist mein Pilz hin? Ey, Digga! Wichtig, Willi, Willi! Willi, dieser kleine Nutten! Ey, was? Ich hab Bananen gehabt! Ja, kein Geschenk, weil Pain der langen Hals wieder da rumkrankt hat, Digga! Ja, fickt euch alle ins Knie, Digga! Digga, wer hat die Feuer pflanzen? Weil ich hab ver*****te W*****! Ooooooh! Digga, Jessica! Wie kann die einfach nachjoinen? Was will die hier, Mann? Ich will, dass sie noch besser ist, Ludwig! Ich bin so untergefallen, Digga! Der zum Fick ist Jessica! Ich weiß es nicht! Die war gestern die ganze Zeit in meiner Lobby drin! Die ist mir nachgejoinnt! Ich will sie ficken über dich jetzt! Mach auf, Digga! Das füchten die meisten sehr jung! Auf der Wii U geht das! Was ist diese gut, die keine Kaki?! Digga, du bist so ein H*****, dass du immer diese Map wählst! Du kleiner, langer Scheiß, als du bist ein B*****! Ich steiß dir in deinen ver*****ten Hals und schramm dir 30 cm in der Fresse! Du W*****er! So ein B*****er! Du kleiner W*****er! B*****er, du Heckenkenner! Scheiß-Inzucht da! Wie alt bist du, Eldos? Ich bin 6. Eldos ist E-Sportler bei Dortmund! Du musst ihn eigentlich von Grund aus hassen! Ist das der kleine Hosen-Scheißer, der da immer im Livestream gespielt hat? Ja, ja! Ja, und Monte guckt BVB-Livestreams! Mont ist auch eigentlich BVB-Fan! Nein, Leute, Bayern-Fan, Deutschland-Töl! Halt die Schnauze, Alter! Ist der ein kleiner Mond, Digga! Bayern macht Tor, wichtig! Das ist einfach scheiße, Digga! Du hast eben so wenig Punkte! Digga, mit dir reden noch niemand, du Rentner! Konzentrier dich auf dein Spiel! Joachim ist sympathisch, der fährt gut! Wo spielst du bei dem Verein? Bei Genf, Bruder in Belgien! Du hast sogar schon ein Tor für Bayern gemacht, oder Joachim? Aber eigentlich müsste Monte ihn als Bayern-Fan kennen! Ja! Ja, bestimmt, Digga! Eigentlich schon, Digga! Eigentlich schon, Digga! Eigentlich schon, Digga! Eigentlich schon, Digga! Müssten die Serien eigentlich jetzt angehen! Da muss es eigentlich schallern! Elli hat ne Bombe! Elli hat ne Bombe! Bro! Ja, und Digga, also das war die schlecht geworfenste Bombe aller Zeiten, Elli! Digga, du hast sie einfach ins Wasser gegonnen! Hier, Elli! Setzt davon! Das war auch ne gute Bombe! Sag's eigentlich mit Absicht, Elli! Digga, der hat so viele Namen! Hier kostet jetzt davon, Elli! Ich hab so viele Namen! Das war's vom Video, Freunde! Ich hoffe, euch hat's gefallen! Wir werden weiterhin Mario Kart spielen, Freunde! Weil das Spiel einfach momentan sehr viel Bock macht! Man da sich die ganze Zeit anmacht! Und übrigens, diese ganzen Beleidigungen sind alle nicht ernst, sondern nur Spaß! Wie gesagt, Leute, lasst ein Abo da! Abonniert den Kanal kostenlos! Und lasst ein Like da! 15.000 Likes! Kuss!